hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge zu meinem turnier apg ich werde jetzt erstmal noch mal hier zurück gehen denn denn hier ist ja auch noch der verb nenne ich es jetzt einfach mal damit kann ich dann eine weitere quest hier abgeben ok orange petal ist doch nicht dies was ich abgeben sollte ne getter one herb ok orange petal hatte ich schon interessant ok hätte gedacht dass ich da aber gut dann kann ich die quest noch nicht abgeben sieht doch nicht so aus als ob das hier dann noch wäre ich bin gerade kurz ein bisschen irritiert und deshalb schaue ich da noch mal rechts jetzt nach wie weit kann ich hier ok ich komme dann nicht durch das heißt also wenn ich das muss ich das probi das möchte ich ausprobieren gut das heißt also wenn ich hier irgendwo nicht hier runter falle dann ja dann komme ich in dem bereich gut ist ja auch okay protagonist class autorace okay hundert davon kostet das ich nehmts mal einfach mit kommt kommt zurück und sing äh what the heck das auch immer ich soll vitality geht damit ein bisschen drunter ich prohibiere stärke und alles andere verbessert sich ähm ice plant mhm patsch Also ich finde den Eingriff Protagonist Slash hält sich schonmal sehr sehr belustigend an. Also Stärke geht da mitten nach oben und Intelligence auch. Vitality geht dabei ein bisschen runter. Aber das sollte eigentlich noch in Ordnung sein. Ich schaue sich jetzt aber nochmal. Ähm, Blank, Kyokia, Neptun, Omnimate, Neptun, Fulminia, gut. Das sieht aber noch nach den Standardangriffen für Neptun aus, die ich ihr vorher so gegeben habe. Ja, gut. Ähm, sorry. Das sollte natürlich so nicht sein. Strike Formation, anfangen. Okay, ich habe Terra Crystal Shard gefunden. Auch nicht schlecht. Nicht, ähm, zwar nicht gerade nach gesucht, aber gefunden. Gibt Schlimmeres für mich? Gut, mal sehen, was jetzt kommt. Das ist jetzt wirklich ein Einspiel auf Relaxo, oder? Das ist der HQ. Oh, das ist ein großer Monster. Es ist in einem tiefen Schlauch. Es sieht sehr komfortabel. Das Entrance ist blockiert bei seinem großen Körper und es gibt keinen Weg, einen Attack-Wall-Drag. Es ist sowas von Einspielung auf Relaxo. Aber wir haben das wichtigste Flute-Item. Wenn wir es spielen, dann wird es einfach ausgesucht. Ist es wirklich so einfach? Ja, es ist. Füllen selbst zu uns. Okay, ich werde es jetzt spielen. Steig zurück. Alter. Sie, es wuchs ab. Okay, Mr. Monster, bitte weg. Und es ist wütend. Es ist in der BATTLE-Position. Es ist so viel, dass es in kein Zeitraum abkommt. Es ist bereit, zu kämpfen. WHAAAT? Everyone, be careful, hier kommt es. Das war nicht so, dass es passiert. Okay, Gottes Transformation, go. Okay. Das ist aber irgendwie auch leicht behindert, aber belustigend zugleich, also. Komm. Ja, hat keine Schwächen oder Stärken, denn kann ich damit einfach weitermachen. Das sollte den dann früh genug in die Knie zwingen. Hoffentlich zumindest. Okay, Stärke hoch. Nicht gut. Komm. Okay, K.O.? Ah, okay. Das sollte dann reichen, damit er jetzt K.O. ist. We won. Es scheint, wir haben keine Probleme zu transformieren. Danke der Resistance für das, aber wir könnten nicht viel Energie haben. Oh, wir haben die perfekte Analogie. Oh, wir haben die perfekte Analogie. Ähm, für was? Was? 4 shares. They are just like the laugh of a parent. How do you figure? You only understand its true value once it's gone. Hey, that's my line. Too easy. Okay, okay. Anyway, that monster was really strong. Did Bombix Mario do something to it? I would imagine they defeated it up a lot, but just before the point of it rampaging. This is terrible. Is Philean truly unaware of this happening? I don't know. Either way, it doesn't look like she will make this easy for us. We just gotta keep moving. Here comes Hero Goddess Neptune. Oh, dude. Shazen, I don't care about that. Wow, this place is huge. We have to find the engineers. Let's do it. Okay, let's proceed. Quest? Hey, you were here. They got me. You are Neptune. What good timing. I went out of Bombix Mario. I wanna play 3D games too. I love Pixar, but I just want to. Okay. Okay. This is the game show. Okay. 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 And this is the game show. Okay. Okay. Oh, defeat. Okay. 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 So, I'm going to save. Okay. Okay. I'm going to do live. Okay. 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 interessant gut dann fang ich mal damit an kann der mal ja ok das ist schon mal ein vernünftiger anfang würde ich sagen okay ich wollte nur schauen das sieht mir auch mal wieder sehr lustig aus der vom aufbau her box die nehme ich gleich noch mit gut der sollte mal weg der vorteil kann ich gegen die alle noch einsetzen okay der ist gleich weg die sind halt echt aus irgendwie fully purber weil das bin ich der meinung die evoli entwicklung die pflanzen entwicklung meine ich okay anders gesagt feuer sollte nicht draufsetzen danke das absorbe ich klasse sehr schön der ist gleich weg komm der kommt jetzt weg dann kann ich hier oben komplett den fokus drauflegen es ist echt zu geil also das finde ich klasse das sind ja kürz für live stone credits noch ein paar die nämlich auch noch mal mit das ist einfach nur verteilt die ganzen angere jetzt packen bis die okay damit ist der jetzt definitiv weg hat man das das dürfte jetzt rechnen dass ich die quest abgeben kann es ist so schnell habe ich jetzt auch wieder die nächste quest geklärt damit nicht schlecht okay 52 schon fast 53 nur nicht schlecht da hätte ich darauf achten können dass ich da zuerst schlage danke habe ich kein problem mit kann ich schon absorbieren ne sie hat wir sitzen uns gegen alle von den dingern das ist wirklich nicht gut noch einmal feuer und das war's dann für die das ist herrlich für mich gerade dass die halt mich heilen das ist halt also sich halt echt zu sagen die heilen mich ja fairweise wenn ich wenn die licht gegen mich gegen noah einsetzen okay danke okay das dürfte auch nicht mehr lange dann überstehen wird das war's und katz für wieder also rechts muss ich wahrscheinlich weiter so gehe ich zuerst links lang die fans bracelet okay interessant ich mache erst mal den noch aha kommt das war's wahrscheinlich Ich bin nicht. Jupp. Ähm. Okay. Ähm. 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 Egummi. Hm? Okay, das ist hart. Okay. Was ist das? Let's play What the heck? Wie ist das jetzt auf einmal eskaliert? Das war so nicht geplant 48.000? Ach du Scheiße Hallo Okay das geht noch hoffe ich Ähm Ich habe ein ungutes Gefühl was die Anzahl der Lebenspunkte von ihr angeht Okay Also sie macht mir Gott sei Dank nicht so extrem viel Schaden Hm Ich werde dich nicht entschuldigen Ich werde dich nicht entschuldigen Ich werde dich nicht entschuldigen Oh Gott Okay ich mach hier eigentlich ganz gut auch Aber ich mach hier auch ganz guten Schaden tatsächlich Ich mach hier auch Oh okay Ich mach hier auch Ich mach hier auch Ich mach hier auch Ich habe schon gesehen Ich habe schon gesehen Ich habe schon gesehen Ich habe schon gesehen Ich werde dich für die letzte Wir sind gerade fertig Ich werde mich überrascht Es ist Zeit Es ist Zeit Es ist Zeit Ich werde dich alle Blocks zusammen What the heck What the heck You have to teach me how to catch my You have to teach me how to catch my What the fuck Okay Okay Interessant What the heck? I'm in the past? Am I a time-traveling goddess? It must be because of Isti. What are you spacing out for, Neptune? Uh, nothing. Uh, hey, nice weather today, huh? Really? It seems normal to me. Neptune, keep it together, okay? I'm the only one who returned. I see. This is so weird. W-what? Nothing's... Stop saying that, Blond. Does villain not know what's happening? It's possible. Okay, get ready to learn. Don't forget. Friendship, yay! What the heck? Hmm, ow. So, I really came back to the past. I need to tell everyone what's going on. I have to wait until villain leaves, though. Here, take these. They're bokeh balls. Got it. Let me... You seem really confident about throwing the ball at them. And when... What? What's the point of this special? It's the perfect shape and... Well, I don't really... Yeah! Yeah. Okay. Okay. Fine. Yeah. There. Mm, this is pretty hard. Yeah! Yo, jetzt kommt das wieder. What the heck? I got it! Yay! Cue! It's... This one? I see. Your name's Poof. What? I've never seen this monster b- I choose. I'm so happy! Cue! Cue! We're gonna do great things! That's right! I was able to get directions to HQ from villain! The flute, too! Huh! I no longer have any... Let's go, Poofie! Cue! I'm not gonna tell you about the password, or how to move the gate monster, either! So, there! Password... She left. Shouldn't we go after her? Um... Hey! So... Oh! The Pokeball! The ball fell inside the pipe. What's the pipe doing here? A voice! Who's in there? The only people on the island right now, except for you, are Bombex-Mori-Soldiers. That's right. What's there with the... Okay? Is it a Bombex-Mori-Storehouse or something? Uh... Uh... Ah! Pfff! Mario! No! I'm okay! There was a cushion! Ashley, do you know where this pipe leads? I heard rumors of underground passageways, but I don't like dark narrow places. Ooh! An unexpected weakness! Well, it's not so much that it's a weak spot. They just make terrible battlegrounds! Oh! Right! Blanc! Does it look safe enough? It seems to go on a bit too. I can't see very well though. Ooh! Let's check it out! I feel like I've become a beautiful explorer! La-la-la-la-la-la-la-la-laa-la-la-la-la-la-la-la-la-laa-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la... I feel like Neptune had suddenly suddenly forgotten... ... their meaning, they didn't want to tell what they wanted. I don't think they will find any good fights down there. Don't get your hair dirty, okay?! You can borrow my sister's hat. Ich fühle mich, als ob ich ein Plummer geworden bin. Was sagst du? Okay, ich gehe... Wut de heck? Wut de... Pfff! Das ist ein Cushion! Down hier, hm? Oh, jemand ist weg. Es ist jemand aus Bombex-Mori. Er hat einen schönen Cushion gemacht. Ah, das macht Sinn. Was ist das? Na, sollte man sich unterscheiden? Bevor wir diese Gäste haben, vielleicht dieser Korridor führt zu HQ. Lass uns aufpassen. Wir wissen nicht, welche Gefahr hier drin sind. Lass uns vorsichtig sein. Okay, nachdem wir es einmal durchgehen, vielleicht können wir eine Speedrun. By the way, hast du etwas zu sagen, Neptun? Ja. Ich habe etwas, was euch zu erzählen, aber es kann warten, bis wir fertig sind. Lass uns die Augen auf, was vor jetzt ist. Genau. Ich habe das Gefühl, es ist etwas hier. Im Normalfall würde ich sagen, eine dumme Idee, das halt nicht zu sagen. Ach, geil. Das ist jetzt... Es ist jetzt wirklich so ein Mario-Level. Oh, wie geil. Oh, wie geil. Aber... Save. Gut. Explore inside the pipe. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und... Ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Das war's.